Ja Leute, Tag auch. Ein bisschen traurig immer noch vom letzten Mal. Wir hatten ja das ETHRA-Schiff hier dummerweise zerstört irgendwo hier am Golf von Mexiko, beziehungsweise, nee, eigentlich nicht am Golf, das ist ja quasi hier, sondern hier im Festland und ja, das ist ein bisschen schade, weil die hätten wir wirklich gebraucht und naja, jetzt können wir einfach nur mal warten, was so passiert. Jetzt müssen wir hoffen, dass irgendwann nochmal sich ein paar ETHRA hier in diesem Luftraum verirren. Ich habe immer das Gefühl, dass die vielleicht eher hier so in Europa oder hier in Afrika rumsausen. Aber wir schauen einfach mal. Passiert lange Zeit erstmal gar nichts. Doch, Forschung abgeschlossen, da haben wir was. Und zwar haben wir hier eine Silakuit-Autopsie. Der Kern dieser Geschöpfe ist sehr heiß und scheint die Grundlage für ihr Verdauungssystem zu bilden. Ihr einzigartiges Muskelsystem besitzt ungeheure Kraft und Geschwindigkeit. Ihre felsenartige Haut kann weder durch Feuer noch durch Brandmunition verletzt werden. Ja, ist ja kein Problem. Wir schießen ja auf die Viecher auch schon mit Plasmawaffen drauf, aber das sind hier diese Teile, wo wir uns auch in der Basisverteidigung gefragt haben, was sind denn das verlustige Blobs? Ich glaube auch, dass die einen Nahkampfangriff haben. Wir haben es jetzt leider nicht gesehen. Und jetzt können wir hier auch mal Cydonia oder Tod erforschen. Das ist dann schon relativ weit fortgeschritten. Und seht mal da, wir haben noch mal Äthera. Wo wollen die denn hin? 2.200. Okay, wir haben eigentlich nur einen Abfanggeger, nämlich ihn hier, der das Schiff garantiert so abschießen kann, dass es nichts zerstört ist. Okay. Aber die sind zu langsam. Die sind zu langsam, die Freunde. Bis die hier in Südamerika ankommen, ähm, isst mein Sprit alle. Und jetzt scheint es auch noch Gas zu geben. Ne, 2.200? Na, da haben wir die Spur verloren. So ein Mist. Stattdessen finden wir nur wieder Mutonen. Ach, okay. Holen wir uns mal, die holen uns die Mutonen auf jeden Fall. Was haben die denn hier? Auch ein kleines Schiff. Vorbei. Ach, da ist jetzt die Bewaffnung hier gar nicht so gut. Versuchen uns trotzdem mal runterzuholen. Da klappt es auch. Ufo abgestürzt. Natürlich ins Wasser. Wie sollte es anders sein? Und wir entdecken wieder mal Treiber. Die aber eine Nummer zu schnell für uns fliegen. Deswegen den Firestorm. Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade mal ein bisschen Gas gebe. Aber so Sachen bringen halt auch uns nicht wirklich weiter. Deswegen mach ich da ein bisschen Spaß. Und wieder sehr klein Äthera. Wo wollen die denn diesmal hin? Oje, oje. Das Problem ist ja sowieso, wenn die hier aus der Reichweite rausfliegen, dann kann ich eh nichts machen. Und jetzt haben wir die Spur schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Aber irgendwann, Leute, sage ich euch. Irgendwann kriegen wir die Säcke. Brauchen wir nur ein bisschen Zeit auch. Und Zeit. Apropos Zeit. Wie lange dauert es denn noch hier, bis die Werkstatt fertig ist? Noch neun Tage. Okay. Das ist natürlich auch ein wichtiger Zeitpunkt. Da ist nämlich dann endlich der Avenger. Beziehungsweise die Produktion von dem Avenger können wir dann beschleunigen. Dass der nicht mehr so lang braucht. Was haben wir eigentlich hier bei... Nee, nicht bei Forschung, sondern Produktion. 76 Tage würde der so noch dauern. Und das ist eindeutig zu lang. So, hier passiert gerade nichts. Aber auch wirklich gar nichts. Forschung abgeschlossen. Doch, hier haben wir was. So, Cydonia der Tod. Es ist inzwischen deutlich geworden, dass die außerirdischen Horden von einem unterirdischen Schützpunkt in Cydonia aus gelenkt werden. Einem ungewöhnlichen Gebiet auf dem Mars mit fünfseitigen Pyramiden und einer großen Formation, die einem menschlichen Gesicht gleicht. Die pseudonische Zivilisation lebte vor Millionen von Jahren auf dem Mars. Doch wir wissen nicht, warum sie ausstarb oder welche Verbindung zu den neuesten Aktivitäten der Außerirdischen besteht. Auf jeden Fall müssen wir eine Expedition nach Cydonia durchführen. Nur so können wir die Außerirdischen besiegen. Wir müssen das Gehirn vernichten, das sie steuert. Wir werden ein Avenger-Raumschiff mit den tödlichsten Waffen brauchen, die uns zur Verfügung stehen. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen den Ausgang des Angriffs auf Cydonia abwarten. Okay, so und ich weiß jetzt, dass ich bei diesen Projekten, dass da teilweise auch gerne mal sich hier alles aufhängt, deswegen lasse ich das mal und erforscht aktuell mal nichts und hole stattdessen wieder lieber hier ein paar Treiber runter, die hier wieder meinen Stützpunkt erspähen wollen. Ja, etwas verzögerter zweiter Schuss, ein bisschen komisch eben gewesen. Äthera, Überfallschiff, 4800 Sachen drauf. Ich glaube, das ist zu schnell. Oh, schade, schade. Wenn wir das bekommen hätten, wäre das eine lustige Mission geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich die gespielt hätte. Also Äthera, ihr wisst ja, immer gefährlich. Aber irgendwann müssen wir ja mal eine Mission mit denen machen. Mutoren können wir wie immer abschießen. Das alles nur, weil hier der Firestorm zwei Laser offenbar hatte und wir hier das Schiff komplett zerstört haben. Also sowas habe ich aber auch selten erlebt, muss ich zugeben. Dass wir ein Schiff komplett zerstören mit Plasmawaffen. Also ein kleines Schiff, besser gesagt. So, und der, der fliegt auch. Ich wollte mal wieder eine Mission haben. Wobei, oh, keine Ahnung, wo das gerade jetzt ist. Ob das hier über in der Antarktis war, beziehungsweise am Nordpol. Nicht in der Antarktis. Oh ja, eine spielbare Mission ist rausgekommen. Und das ist doch mal was hier für unsere Soldaten. Fällt mir ein, ich habe wieder nur Abonnenten. Ich muss nochmal hier drei Soldaten kaufen. Raumschiff ausrüsten, acht. Acht Leute ist eigentlich okay. Die nehmen wir auch genauso mit. Und ich denke mal, das können wir so machen. Da müsste eigentlich jetzt gleich noch hell sein. Viele wollen ja auch mal eine Nachtmission sehen. Uh, ich hoffe, wir sehen jetzt keine. War auf jeden Fall ein bisschen knapp. So, Igor von Lang. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So viele Aliengranaten brauchen wir in der Regel nicht. Eigentlich brauchen wir auch gar keine. Wobei, wir nehmen sie mal mit. So, dann sehen wir jetzt hier mal ein anderes Set. Das ist nämlich hier das Eisset quasi, was immer in der Antarktis oder am Nordpol geladen wird. Da schauen wir doch mal, ob wir jetzt irgendwo ein Alien sehen, beziehungsweise ein Ufo sehen. Hier ist erstmal nichts. Und hier oben ist auch die, das Ende der Karte. Hier geht es noch ein ganzes Stück weiter. Da schauen wir auch mal unten hin. Und da steht auch gleich einer, ein Treiber. Habe ich gar nicht gesehen, dass es diesmal Treiber sind. Und den wollte ich sagen, geben wir es jetzt mal mit. Nach, das ist aber auch ganz knapp verfehlt. Und da schön Treffer gelandet, denn nur ich bin wirklich okay. Ray Unicorn. Der geht mal bis zum Fahrwerk runter. Und dann holen wir ja eigentlich die, bei der Woka, der hatte schon relativ viel Einsatz. Boss gehen wir auch. Fuchsi mal Igor von Lang. Thunder News, den mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. trifft immer sehr gut. Auch mal hier, kleinen Umweg gelaufen. Hinters Fahrwerk am besten. So. Fuchsi mal. Den holen wir auch noch raus. Der bekannte Blaster Launcher. Kollege, gut. Wir schauen mal, ob wir irgendwas sehen. Nichts gesehen. Und vom UFO sehen wir auch nichts. Das muss irgendwo hier sein. Na, das kann ja spaßig werden. Ich bin noch nie hier ins Wasser gelaufen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Geht auch gar nicht, merke ich gerade. Oder? Okay, dann muss ich wohl hier hinten rum. Also ihr seht, ich habe ja keine Superhuman Antarktika Challenge gespielt, zugegeben. Deswegen, da hatten wir ja fast nur solche Eismissionen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass man hier nicht ins Wasser laufen kann. Man lernt ja nie aus. so und den Thunderviews noch und mal hinknien. Falls die Aliens ein bisschen schießen wollen. Haben sie aber keine Lust aktuell. Ah ja. Da ist der nächste Kollege. 19 Prozent. Schöner Fußtreffer. Direkt umgefallen. Gray Unicorn. Und ja, ich könnte auch, ich habe in den Comments wieder gesehen, da haben ein paar gesagt, ich könnte ja auch theoretisch jetzt hier mit dem Schuss arbeiten, mit dem Schnellschuss. Aber insgesamt sind natürlich drei Schüsse mit dieser Genauigkeit besser als ein Schuss hier. Und ja, munitionsmäßig habe ich ja keine Probleme. Deswegen, ähm, werde ich auch weiterhin dem Autoschuss treu bleiben, denke ich mal. So, derjenige, der Kollege ist hier abgehoben. Die können ja fliegen. So, müssen wir mal schauen, dass wir hier den mal direkt abschießen. 27 Prozent. Och, Leute, was ist los? super hier. Direkter Treffer, direkt umgefallen. Schön gemacht. Oh, das war natürlich gefährlich, dass ich da jetzt vorgelaufen bin. Und dann noch direkt zwei See. Oje, oje, oje. Jetzt hoffe ich, dass der Fuchsimann sich nicht den Kollegen abschießt. Bitte nicht. Und jetzt, schade. schade. Hm, 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 hm. Das ist jetzt alles gefährlich hier, weil ganz egal, wie ich hier schieße, das könnte gefährlich werden. Der Kollege steht in der Schussbahn. Okay, muss ich jetzt hoffen, dass keiner drauf geht. Ich merke mir jetzt mal die Namen, nur ich bin wirklich The Fuchsimann und nur ich bin wirklich es bewusst los. Ui, ui, ui. Und der Thunder News ist auch bewusst los. Was ist denn hier los? Jetzt geht's aber rund. Müssen wir mal aufpassen. Dann müssen wir sofort mal neue Leute hier rausholen. Boss Gamer muss raus. Und der Fuchsimann geht mal ein Stück vor. Jetzt wollen die offensichtlich schon uns stunnen. Die wollen vielleicht uns auch erforschen. Okay, drei Stück sogar. Eins, zwei, drei. Okay, schießen wir erst mal den Kollegen ab. Zwei Treffer ausgehalten, das gibt's doch gar nicht. Drei Treffer. Jetzt ist er aber gestorben. 19 Prozent und ja, hier muss ich unbedingt mit dem Mad-Kit ran. Ich hab keine Ahnung, wie es dem Kollegen geht. So, Fuchsimann kann auch noch mal schießen und zwar 16 Prozent ist zwar nicht so gut, aber komm, das wird doch wohl klappen, oder? Ne, das ging meilenweit daneben. Ich hab ja auch an meiner Aussprache gearbeitet, wie der eine oder andere merkt, ich sag nicht mehr so häufig diesen Trademark-Spruch, den ich früher mal gesagt hab. Ja, 13 Prozent sind natürlich wirklich schlecht, aber wir haben getroffen. So, und Igor von Lang wird jetzt mal hier direkt mit diesem Pack hier hingehen und hoffentlich nicht getroffen werden. dort ist niemand, okay, dann sollte ich mich vielleicht doch lieber beeilen, dass die Mission schnell vorbei geht, sonst sterben hier noch mehr. So, 15 Prozent, Wow. Ich mach die Schusslinie ein bisschen frei für die Kollegen. Das heißt, wir gehen noch ein Stück weiter nach vorne und sehen noch einen. Oh, da hinten ist noch einer. Boah, Mann, ey. 16 Prozent ist auch ganz schlechte Treffergenauigkeit. Der Fuchsima trifft aber und ja, das ist, das ist sehr gefährlich. Da schieße ich vielleicht den Kollegen hier mit ab. Da müssen wir jetzt noch den Bossgeamer rausholen. Ich versuch's mal grad mit dem und dann müssen wir auch schon Schluss machen. Das heißt, ins Oh, ich wollte grad sagen, wir können schön aufhören mit dem noch dem Tod eines Aliens. Ich schieße grad nochmal drauf und dann werden wir das UFO, ja, können wir wirklich schön abschließen und das UFO sehen wir dann beim nächsten Mal von drinnen. Es sieht ja noch einigermaßen auch intakt aus, also da können wir uns vielleicht freuen auf ein bisschen Elerium und bis jetzt, ihr seht ja, wie viele Leichen hier liegen. Ist es ganz gut gelaufen. Bei uns liegen leider auch zwei Bewusstlose und eine Leiche. Schade, schade. Wir machen mal nächstes Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.